Zeit, dass Sie das Komfortmodell des Red Max Rettungstuch kennenlernen. Das Komfortmodell wird in einer kleinen, tragbaren Tasche geliefert. Nachdem Sie das Tuch aus der Tasche genommen haben, öffnen Sie es, um ein Opfer darauf zu platzieren. Wie Sie sehen können, besitzt das Red Max Tuch zwölf Griffe. Damit können mehrere Rettungskräfte ein Opfer einfach balancieren und vom Unfallort tragen. Das PVC an den Griffen erhöht den Komfort für den Helfer. Diese Crossboxen werden genutzt, um zusätzliche Stärke zu erzeugen. Der Fußsack sorgt für zusätzliche Stabilität. Aus hygienischen Gründen ist der Stoff wasserbeständig und kann leicht abgewischt werden. Das Red Max Rettungstuch wurde entwickelt, um Opfer aus unebenem Gelände zu überführen. Es eignet sich auch zum Umsetzen von Patienten auf und von Krankenwagen. Red Max lässt niemanden zurück.